so feuer okay dann haben wir den wir stellen uns ein bisschen musik vor 3 habe ich so komme ich da jetzt hin hallo voll weggepackt als wäre irgendwas kaputt aber ich habe gar keine mods installiert und überhaupt nichts trotzdem sagt das spiel so ein bisschen rum warum auch immer ich weiß es nicht so sollten vielleicht meine blöde frage wer kämpft denn da drüben hier drüben So, jetzt kommt so gar keine Musik mehr. Warum auch immer nicht. Ich habe einen Musikbaden. Ach du bist S-Bärn. Ach. Alter, echt jetzt? Was ist denn hier nur los? Tja. Tja. Genug. Ich ergebe mich. So. Essenz. Stahlfeil. So, S-Bärn ist wieder fit. Soll ich mal F5 und was war schnell laden? Was war ein schnell laden? Guck mal. War das F9? Oh. Oh ja. Jetzt habe ich wieder die... Jetzt habe ich zumindest wieder die große. Das war schon alles. Wirklich? Ich könnte hier etwas mitbekommen. Oh Gott. Oh Gott. So. Erstmal looten hier eine Runde. So. Elfenrüstung. Halt. Elfen euch? So. Und die Musik, die jetzt läuft… So, und die Musik, die jetzt läuft… So und die Musik, die jetzt läuft… Die lief die ganze Zeit. So, Moment. Hexenrabenfeder. So, Magnetron, ich frage mich, ob sie mit dem genug, ich ergebe mich mal irgendetwas vorhat, weil mir noch keiner unterkommen ist, der sich dann auch tatsächlich ergeben hat. Achso. Achso, wenn man, naja, verstehe. Ja, hat noch keiner gemacht, ne? Noch nie wirklich. So, wo ist jetzt der Eingang? Stimmt, bei einem Teil der Quest haben die sich nie ergeben, sondern haben immer weiter gekämpft. Die alten Lümmel. Konnten nie genug haben. So, jetzt müssen wir irgendwo reinkommen. Das war ein sehr, sehr unspektakulärer Kampf. So. Das war ein Skill-Bow. Oh, S-Bären. Ich sag's doch. Was ne Verschwendung, ey. Immer wieder. So, okay, schon durch. Furcht als Rezept, ein Giftrezept. So, nehmen wir hier irgendwelche Gifte. Mal hier. So, bisschen Gold. Nehmen wir mit. Blümsche. Ein Holzteller. Ein Steinhuscherei. Was ist eigentlich ein Steinhuscherei? Ich nehm's mal mit. Vielleicht kann man's benutzen für irgendwas. So, Fässer. Ach so, ihr seid ja schon drin. Ihr wusstet, wo's lang geht. Ja, dann lösen wir das Rätsel, alter Mann. So. Mal hier. Was ist denn das? Säule aktivieren. So, ich geh mal kurz lauschen, ob wir hier irgendwo einen Hinweis finden. So, scheinbar hier nicht so. Das heißt... Das heißt... Das heißt... Was ist das hier? Eisenerz. Das heißt... So. Haben wir irgendwo was gesehen? Als wir hier reingekommen sind? Weil manchmal hat man ja hier irgendwelche... Immer hier schon mal irgendwelche Hinweise oder so. Hatten denen vielleicht irgendwas dabei? Irgendwie eine Notiz oder ein Buch oder irgendwie was? Nicht, dass ich wüsste, aber ich hab nix gesehen. Vielleicht kann ich mich auch mal so richtig... Hier hochglitschen oder so. Das geht irgendwie nicht. So, dann probiere ich mich mal... Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule. Eins. Ich gebe euch Deckung. Und geht hier voran. Und das war ja einfach. Das war ja einfach. Äh, ich wäre da jetzt mal vorsichtig. Wartet. Warum hört ihr auf? Wir sollten hier vorsichtig sein. Seht ihr diese Symbole am Boden? Hm. S-Bern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Wir gehen hinüber. Sobald es sicher ist. Weit vorsichtig. Druckplatt. Ist es sicher? Wir gehen hinüber. Sobald es sicher ist. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. War doch leicht. Bis jetzt. Mangelst du heute, the end of this quest is not on par. Merkt ihr das für die Zukunft? Ich habe morgen. Morrig. Ähm. Ich glaube. Ich mache da mal einen Screenshot. Wunderbar. Und zu viel erstaunlich. Irgendwie. Was? Da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja. Blut. Euer Blut. Wachenblut. Was? Schaut her. Hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman-Syrodehil verehrt haben. Oh, nicht durch einen neuen Handschuh. Das war's. Sieht mir. Es bewegt sich. Wer hat es geschafft? Dort ist der Engel. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, dem Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betrachten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Ähm. Da ich ja das aufgemacht habe, können wir uns gerade noch eine Minute warten. Ich gucke jetzt erstmal in die Kiste. So. So. Ring der Genesung. Zwergendolch der Verzweiflung. Kommt doch wahrscheinlich Helene Fischer raus oder so. Nach mir. Juhu. Tempel der Himmelszuflucht. Ich habe das blöde Gefühl, dass hier irgendwas im Argen liegt. Hallohu. Scheint keiner. Das ist normal. Tada. Damit macht man die Briefe vom Finanzamt auf. Auch nicht schlecht. So. Was haben wir denn hier? Ein Stühlchen. S-Bern. Was ist denn das hier? Wo steckst du denn? Mann, nun komm. Nun komm, Junge. Boah, der Altemann lässt sich aber auch zeigen, ne? Schoas Knochen, da ist sie. Aldoins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esker, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ich glaube, ich sehe das ganz genauso wie Delfin. Das geht so nicht. So, erzähl mal. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, Sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Der letzte Schrei ist Paris wahrscheinlich. so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt. Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Vielleicht wissen die Graubärte ja mehr. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Ich glaube auch. Was habt ihr gegen die Graubärte? Ich frage an Angier, ob ihr weißt, welchen Schrei sie verwendet haben. Tja gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Esbern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Ich gehe davon aus. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. So. Dann gucken wir uns mal hier mal oben. was nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akavir, also die Klingen. Ihr seht ihre Charakteristischen Lachschwerter. Den ein oder anderen. Das Türen. Himmelsrand. Himmelsrand. Ach, hier komme ich überall nach Himmelsrand oder sind das verschiedene Türen nach Himmelsrand? Ich probiere es mal. Wo zum Henker bin ich denn hier gelandet? Da bin ich? Ne. Was? Aber da bin ich ja richtig weit oben gelandet, oder? Verstehe. Ich bin ja richtig weit oben. So. Wir gehen gleich noch mal rein. Weil, äh... Da waren ja noch so einige Türen und einige Kisten irgendwie. Vermute ich mal. Zumindest kann ich mich ganz dunkel erinnern. Das war 2011. Dass da irgendwie mal was war. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Himmelszuflucht schon mal gesehen haben. Und dass der gute Essbären einfach nicht aus dem Quark kam. Irgendwelche Sachen, ähm... zu erklären. Deswegen würde ich, bevor wir hier diesen Ort verlassen, nochmal rumgucken. Ob hier noch irgendwas zu finden wäre. Klar. Direkt, dass man die Kantine setzen, weißt du? So. Höhlenbärenpelz, rotes Mädchenkleid, Schneebärenpelz. Okay. Holzkohlekessel. Ich nehme einfach mal alles mit. Kinderpuppe. Nicht verkehrt. Holzpuppe, schwarze Robbe. Nehmen wir alles mit. So. Bärenpelz, Gold, Rockerzahn, Lederstreifen. Wie viele möchte ich denn wohl nehmen? Ja, alle. Ach nein, ich nehme nur drei. Fell, Wolfspens, grünes Mädchenkleid, Rockerzahn, ein Hut. Nicht schlecht. Hier ist noch was. Stroh, vor allen Dingen. So, Delfine, so was. Was gibt es? Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Das hier sollen Klingen sein. Das hier sollen Klingen sein? Zwei Leute? Die Talmoor haben Jagd auf uns gemacht, wisst ihr noch? Das hat bei der Rekrutierung nicht besonders geholfen. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu aufbauen. Verstehe. Ich verstehe. So, ich könnte euch aber helfen, neue Rekruten zu finden. Wenn ihr Leute findet, die gute Rekruten abgeben könnten, sehe ich sie mir gern an. Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den Klingen um eine lebenslange Verpflichtung handelt. Wer zu uns gehört, muss treu zu uns stehen. Gut. So. Bringe einen Bekleider zu Delfinen. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Ich habe hier jemanden. Seid ihr sicher? Wer bei uns Mitglied werden will, muss einen Eid ablegen, dass er sein altes Leben hinter sich lässt und von nun an hier bleibt. Ganz sicher, die Klingen brauchen neue Mitglieder. Also, mal Glück ihr habt. So. Aber ich meine, ich muss mal gucken, vielleicht schleppe ich dann doch nochmal jemanden an irgendwie. Gucken, was ist hier? Hier ist noch was zu finden, hier ist noch eine Truhe. Schild der Klingen. Das nehme ich mal mit. Oh weia, oh weia, Klingenpanzerhandschuh. What? Klingenrüstung. What? Wahnsinn. Eine komplette, eine komplette Rüstung. Warte mal. Du hast doch... Stimmt, ihr müsst etwas für mich tun, ich möchte Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Dann nimmst du mal hier die schwere Rüstung. Äh, die Bekleidung. Vielleicht nimmst du einfach mal diese komplette Rüstung. Warte mal. Helm der Klingen. So kann sie gehen. So, Klingenpanzerhandschuhe, Klingenrüstung. Alter, Wahnsinn. Klingenstiefel. Schild der Klingen. Geht ihr voran? Alles klar. So, warte mal. Hier, Drachenfluch. Das ist ja süß. Streitkolbenetikette. Streitkolben. Kaiserliches Schwert. Und was ist jetzt hier dieses, ähm, kaiserliche Schwert? Drachenfluch. Ah, 30 Punkte zusätzlicher Schaden bei Drachen. Verrückt. Da kommen wir her. Da waren wir gerade. So, was gibt es hier oben noch? Hier waren wir schon. Der Magnus schreibt gerade, oh, das ist ein, das ist auch ein, äh, Katana. Stimmt. Voll gut. So, und ich glaube, jetzt haben wir hier auch die ganze, Hütte abgesucht. Meine ich zumindest. So. Dann werden wir mal den Schuppen hier verlassen. Kartspitze. Quecksilber, oder? Kann ich hier schon schnell reisen, oder so? Das geht schon. Okay. Okay. So, dann gehen wir mal zu den Graubärten, oder was? Nach Hochrodgar. Aber vorher lasse ich hier ein paar, werde ich ein paar Sachen mal da lassen. Drachenbrücke. Wo ist denn Einsamkeit? War das hier hinten, ne? Ne, das war Winterfeste. Akademie von Winterfeste. Dämmerstern. Ähm. Wo war denn? Einsamkeit. Dämmerstern. Frack. Mutter. Dämmerstern. Einsamkeit war hier. Handelsgesellschaft. Hier ist doch Einsamkeit. Wieso? Wieso ist das Symbol für Einsamkeit nicht mehr da? Da oben ist Einsamkeit. Da müssen wir hoch. Ähm. Aber warum? Aber warum kommen wir... Hä? Hä? Oh, da muss ich das nochmal neu entdecken, nachdem ich das letztens befreit habe. Letztens. Vor Wochen. Sag, ich bin mir letztens befreit. Oh, da. Look, das ist ja nicht befreit. Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Habt ihr vielleicht einen Septim übrig? Hab im großen Krieg ein Auge verloren. Sonst würde ich mir mein Geld selbst verdienen. Naja, der Guli-Deckel funktioniert schon mal. Muss ich irgendwie in den blauen Palast kommen? Oder muss ich noch irgendwas machen? Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ich wette, ihr habt jede Menge Abenteuer. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Ja, scheinst du so. Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Okay, du kannst ja gleich weiter trommeln. Ich scheine stolz darauf zu sein, ein Bade zu sein. Wieso auch nicht? Zugegeben, wir singen Lieder über Könige, Königinnen und ihre Politik. Aber wisst ihr, wer wirklich Geschichte schreibt? Derjenige, der sie zu Papier bringt. Lebt wohl, Fremdlinge. Mhm, tschüss. Sehr merkwürdig. So, hier ist ein umgestürztes... Ein umgestürzter Turm. Muss ich irgendwie... Irgendwas scheint Buggy zu sein. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist kaputt gegangen. So, Schloss Elend. Ich guck mal rein. Und dann gucken wir mal das Elend mal an. Hier steppt ein Bär. Oder kann es sein, dass es Einsamkeit in der Form gerade... Nicht gibt. Ich, äh... Ich bin ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Wo ist der blaue Palast? Vielleicht muss ich mal in den blauen Palast gehen, oder so. Ist ja manchmal so, dass man... Ähm... Irgendwas triggern muss. Ich guck mal gerade. Aber eigentlich hab ich hier... Ist wie ausgestorben, ne? Mods. Ich guck mal gerade. Mods werden geladen. Hab ich irgendwelche Mods geladen? Ich hab nie Mods installiert. Was? Was? Mit Wilfrig. Dann kommt der Marker. Im Netz steht... Du musst mit Wilfrig reden. Dann kommt der Marker wohl bei manchen wieder. Wer ist Wilfrig? Wer zum Henker ist Wilfrig? Wilfrig. Ja, ja. Wulfrig. Oberhaupt. Ja, ja. Okay. Ich guck mal. Über den vielleicht mal Schloss Elend. Kaiserturm. Komme ich da irgendwie rein? Okay, das kann sein. Dass da vielleicht irgendwas... Irgendwas kaputt gegangen ist. Ich guck mal gerade in die... Onmunds, bitte. Drachenblut. Sprich mit angehe. Geschäftliche Angelegenheiten. So. Onmunds, bitte. Gute Vorsätze. Suche. Information. Miraak. Ehre. Kodlak Weißmähne. Das ist der Schwarze Stern. Albtraum. Nachthofes Haus des Schreckens. Verschwörung. Dämmerwacht. Sprich mit Anführer. Dämmerwacht. Bringen ein Begleiter zu Delfine. Hilft den Einwohnern. Ich hab keine Ahnung. Wo find ich denn den? Du bist es bestimmt nicht. Bitte. Hab Mitleid. Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Der alte Lümmel. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte. Könnt ihr nicht helfen. Wo finde ich euren Meister? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein. Solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Okay, abgeschlossen. Stelle Nachforschung über den Mann, an dem er in den Baden-Öklinik-Straßen lang wandert. Und verlasst ihr nicht euren Meister? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. So, ich kriege gerade einen Tipp aus dem Chat. Ich soll mal nach Windhelm gucken. So, ich muss nur noch Windhelm suchen. Zoomen, Tagebogen geben sich in die Hüte. Standort Windhelm. Mortal. Dämmerstern. Was ist das? Totenschreien. So, Windhelm. Ich reise mal schnell nach Windhelm. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas triggern können. Vielleicht kriege ich dann auch meine Musik wieder. Das wäre natürlich super. Mal schnell zum Palast der Könige. Guten Abend. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Wohlfrik. Palast der Könige. Hä? Auch hier. So. Manchmal glaube ich nicht, dass Ulfrik versteht, womit ich es hier draußen zu tun habe. Palast der Könige. Ähm, der wird doch wahrscheinlich hier oben rumkrauen, oder? Der pennt doch hier irgendwo. Man sagt, Ulfriks Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. So. Dreifach durchstochen? Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Oder wie auch immer. So. Ich suche immer noch den, äh, Herrn von und zu Herrn... Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Nordwesten soll er in Kache schlafen. Okay, der Riese von Dunstklippenlager ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Stream ist bei mir weg. Stream ist bei dir weg. What? Jetzt zur Not auf YouTube weitergucken. Moment. So, die Zeit schreibe ich mal. Jetzt ist die Musik schon wieder da, wo sie ist. Wo sie war. Und wo sie immer noch... So, jetzt haben wir wieder... So, ich, äh, äh, muss ich euch jetzt Großkönig nennen? Nein, noch nicht. Noch nicht? Wir warten darauf, dass mich die Volksversammlung zum Großkönig ernennt. So wird es für alle besser sein. Aber ich kann schon einmal damit anfangen, als solcher zu handeln. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Die neuen Jarl brauchen Hilfe beim Aufbau ihrer Armeen, beim Durchsetzen ihrer Herrscherrechte. Das Kaiserreich wird vielleicht versuchen, Himmelsrand zurückzuerobern. Darauf müssen wir alle vorbereitet sein. Doch die größte Bedrohung stellen natürlich die Elfen dar. Alles klar. Kann ich sonst noch was für die Sache tun? In jeder Stadt regieren wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand. Und die Kaiserliche Armee ist führungslos, nachdem wir General Tullius selbst getötet haben. Was könnte ich mehr von euch verlangen? Nein, ihr seid frei, uns zu verlassen. Ich glaube, die Götter brauchen euch anderswo. Allerdings haben sich einige der standhaftesten Männer der Armee zusammengefunden und operieren von verborgenen Militärlagern in der Wildnis aus. Wenn ihr auf euren Reisen Angehörigen des Kaiservolkes begegnet, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Kaffeekochen. Ich würde es jetzt Frieden geben, nachdem wir die Truppen des Kaiser besiegt haben. Für eine Weile wird Frieden herrschen. In dieser Zeit müssen wir Himmelsrand wieder zu dem machen, was es einmal war. Stark. Selbstbewusst. Der Mittelpunkt der Menschheit. Bewandert. Weil das Verjagen des Kaiserreichs nur die eine Hälfte des Problems darstellte. Bald werden die Elfen wieder versuchen, die Welt zu beherrschen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, sie zu bekämpfen. Denn Himmelsrand wird Tamriel in den dunklen Tagen anführen, wenn sich das Schicksal der Welt endgültig erfüllt. Alles klar. Seid vorsichtig da draußen. So. Es sieht irgendwie leerer aus, als es vorher war. Nee. Irgendwie. Einsamkeit ist weg. Ich, äh... Oder muss ich nochmal anquatschen? Ja? Passt euch kurz. Ich habe viel zu tun. So. Nee, ich habe hier nichts mehr zum Reden. Passt auf euch auf. Ich glaube auch. So. Habt ihr vielleicht im Nordosten die Masten aus dem Wasserragen sehen? Das ist das Frag der Winterkrieg. War früher ein wirklich schönes Schiff. Die kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. So. Im Zweifel ist ein blöder Alduin schuld. Wir haben alle Bergmänner, die wir brauchen. Also hoffe ich, dass ihr nicht wegen Arbeit hier seid. Nein, ich habe eurem Volk geholfen. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Jarlmarsch. Ja? Glückwunsch. Danke. Ich gewähre euch einen Huskal sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Also gut. Klingt dann noch was. Kehre zu Soli zurück. Abgeschlossen. Wunderbar. Der Jarl hat mich zu eurem Huskal ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Alles klar. Ich habe einen Huskal, einen Waldimar. So. Das heißt, ich brauche jetzt hier irgendwie eine Hütte. Dann kann er da drin wohnen. Unseres ist es, euer Hinscheid. Seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Kann ich bei dir eine Hütte kaufen? Thanos möge euch leiden. Rutsche. Ich habe meist mit Schäbigen. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Du hältst den Sabbel. So. Die Stadtcampe waren schon immer sehr problematisch. Das hatten wir ja in der Vergangenheit ja auch schon öfter mal feststellen müssen, dass da irgendwie was kaputt gegangen ist oder irgendwie was nicht hinhaut. Aber man hat es immer wieder in irgendeiner Form triggern können, sodass sich das alles irgendwie wieder erholt hat. Und ich gehe stark davon aus, dass es hier bei, in dem Fall, Einsamkeit auch wieder der Fall sein wird. So. Und bringe einen Begleiter zu Delfinen. Badam, badam, badam. Jetzt kann ich mich verlautend durch die Keine gar nicht entscheiden. Vielleicht machen wir erst mal durch die Graubärte noch mal fertig. Den Geist des Wahnsinns. Warte mal, der Geist des Blauen Palast. Da wollten wir doch sowieso rein. Vielleicht müssen wir das irgendwie... Vielleicht müssen wir das irgendwie machen. Geist des Wahnsinns. Verschiffe dir... Vielleicht muss man die Quest irgendwie machen. Vielleicht muss man, vielleicht muss man diese Quest irgendwie lösen, damit man dann, äh... Damit man dann irgendwie... Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Das ist ein Ort für... Vielleicht funktioniert das ja. So, ich switche hier noch mal hoch. So. Ungefähr so. Und dann flitzen wir das noch rein. Und dann machen wir die... Das hat nichts mit Einsamkeit zu tun. Aber die Quest ist Wahnsinn. Ja gut. Dann, dann machen wir das. Aber wir wissen, wir wissen ja nicht, ob es nicht doch irgendwas triggert. Das wissen wir halt nicht. Iiii. Was bist du denn? So, da zwingen kann das Gäber halt zu. Ich, äh... Hättet ihr vielleicht etwas... Ich werde direkt mal die Chance nutzen, nochmal ein paar Sachen zu verkaufen. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keine Umstände. Kein, kein Problem. Schlechter Tag. Das könnte man glauben, nicht wahr? Mir geht es gut. Danke, dass ihr nachfragt. Macht ihr auf diese Art Fili-Geschäfte? Das ist nie ein Thema gewesen. Die Leute sagen, ihr habt bei den Problemen in der Wolfsschädelhöhle geholfen. Ich spende jedem Beifall, der dem Hof hilft. Alles klar. Ach, wir kommen ganz gut zurecht. Es heißt, ihr hättet beim Untergang der Schwarzbluträuber eure Hand im Spiel gehabt. Ich bin beeindruckt. Was habt ihr zu verkaufen? Sehen wir einmal, ob wir etwas finden, das euch steht. Klar, mir steht alles, Mann. Mir steht so einiges. So, hier kommen wir aus diesem alten labbrigen Hut. Hier kannst du einen Diamanten draufkleben. Dann kannst du für teuer Geld wieder verkaufen. Oh, gut. So, sonstiges. Hier kommt, das kannst du halt verkaufen hier. So. Wieso bin ich jetzt zu schwer überhaupt? Lehrlingsrohbe der Beschwörung. Aber das kann weg. So, Heizkette der großen Ausdauer. Auch weg. Haben wir noch irgendwas kleines, was irgendwie ein bisschen günstiger... Was wir ein bisschen günstiger verkloppen können. Schwarze Robe. Alles klar. Endlich. Endlich. Schwinde. Ich habe mich lange hier in Einsamkeit versteckt. Aber der Krieg war voll... So, das Aromalädchen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ganz bestimmt. Ich habe noch einiges im Lager. Ganz bestimmt. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr kommt nicht zufällig aus Weißlauf, oder? Ich habe Neuigkeiten von eurer Tochter. Ihr habt etwas aus all das herausbekommen. Ich wusste es. Was hat ihr gesagt? Angeline. Frau Morath. Ihre Tochter ist tot. Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist. Ja, machst du nichts. Und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Die Arme. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken. Aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Kein Problem. Kein Problem. Ich hoffe, eure Eltern sind stolz auf... Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Oh ja. Ah, ich möchte gerne meine Zaubertränke und meine Zutaten verkaufen. So, Icegeist Essence. Frostige Frost. So, wir haben hier ganz viele... Wollen wir mal zaubern? Giftresistenz. Das sind alles so Sachen. Giftresistenz. Gesundheit wiederherstellen. Regenerieren. Frostresistenz. Ausdauer verstärken. Zaubertränk des Waffenschmieds, des Ritters, des Krieges, des Feilchens. Das sind ja so Sachen. Zaubertränk des Beschwörungs... Beschwörens... Des Berserkers. Zusätzliche Magiker. Das behalten wir mal. Zaubertränk der Zerstörung. Können wir verkaufen. Der Wasseratmung. Das behalten wir mal. Der Veränderung. Und der Zaubertränk der Stärke. Starke Magiker. Ausdauerregeneration. Illusion. Das ist hier alles so Zeugs. Das ist alles mehr wert, als das, was die gute Frau noch an Gold hat. Starkes Gift. Schwaches Gift des langen Leidens. Das können wir verkaufen, glaube ich. So. Dann sind wir hier. Denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal... Ähm... Nein. Greta. Wollt ihr über meinen Bruder reden? Glaubt ihr, seine Hinrichtung war gerechtfertigt? Nein, ich halte ihn für einen Ehrenwerten... Dann seid ihr, wie Rockweer, im Herzen ein Nord. Das ist für viele hier schwer zu verstehen. Ich glaube, Aldis versteht es. Ich hätte wohl nicht bleiben können, hätte jemand anders... Ich... Höre jetzt wohl besser auf zu reden. Ich habe... Mir steht nicht der Sinn nach einem Gespräch. Ein paar Münzen für einen Veteran... Wer war ein Bruder? Rockweer. Er öffnete ein Tor und sie richteten ihn dafür hin. Er öffnete ein Tor und der falsche Mann ritt hindurch. Wäre dieser Mann doch nicht Ulfric Sturmmantel gewesen? Hätte Ulfric doch nicht den Großkönig Torek getötet? Aber es war Ulfric und er hatte den Großkönig in einem ehrenhaften Kampf getötet. Mein Bruder verwehrte dem Kaiser Volk Rache für die Tat zu nehmen. Und jetzt ist er tot. Hört sich an, als sei euer Bruder ein Verräter? Also hat er es getan, was er für richtig hielt? Hört sich an, als sei euer Bruder ein Verräter? Ja, ich glaube, euer Bruder war ein Verräter. Aus Himmelsrand zu sein. Er tat etwas Ehrenhaftes, obwohl er wusste, dass er dadurch alles verlieren würde. Mein Bruder war der beste Mann in ganz Einsamkeit. Gut, dann wollen wir jetzt mal mit Greta mal gesprochen. Als Vorpriester... Ich bin gerade leider mit Botengängen beschäftigt. Kommt mich doch später im Tempel der Göttlichen besuchen. Hä? Er ist gerade mit Botengängen beschäftigt. Ich glaube nicht. Der Geschmack von Heim und Heim. So, Kram mit Charme. Ähm. Da werden wir noch zwei, drei Sachen verkaufen und dann machen wir noch schnell die Quest. Mal eben, g'schwind. So, was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Kremskrams, solche Sachen. So, die Frau Seimar. Was hast du denn hier im Angebot? So, ich habe ein paar Waffen, die möchte ich gerne loswerden. Drachenfluch... Hat ganz schön viel Wert. Ich glaube, Drachenfluch werde ich auch behalten. Ich glaube, das packe ich dann in meine Truhe. Zu Nesselfluch und so. So, Kaiserliches Schwert. Klinge von... Chalmarsch. Ich glaube, das können wir... Ja, das können wir... Das können wir gut... Das können wir gut... Verkaufen. So. Danke, Magnus, fürs Zuschauen. Gute Nacht. Bis bald. Ciao. So, Bekleidung. Danke, Magnus. Gute Nacht. So. Warte mal hier noch. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem Stock. Du wirst wissen, was ich meine. Ade. Bis dann, Magnus. Ich... Ich werde es mir merken. So. Schriftrollen, Essen, Bücher. Was haben wir an Bekleidung da? Ring der Genesung. Ich glaube, der kann... Weg. So, und dann haben wir es auch schon. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Dankeschön. Ihr scheint mir der abenteuerlustige Typ zu sein. Ich wette, wir sind verwandte Seelen, ihr und ich. Das kann vielleicht sein. Man weiß es nicht. Wirklich eine unschöne Angelegenheit. Äh, irgendwie ist Hinrichtung. Mag sein, aber notwendig. Wie ihr wisst, ist meine Cousine Fura im Kampf für uns gestorben. Wäre Rockwyr nicht gewesen, hätte das nicht sein müssen. Danke, dass ihr meiner Tante geholfen habt. Das kann mitunter auch sein. Ja, das stimmt. Das möchte ich nicht von der Hand halten. Mir steht nicht der Sinn nach einem Gespräch. Ja, merke ich. So. Wer bist du? So, rücksicht uns. Ihr und ich. Wir sind hier die einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. So. Ihr seht aus, einen Apfel für die Gesundheit? Eine Tomate, damit ihr stark bleibt. Habt ihr keine Probleme? Eines davon müsst ihr doch brauchen. Wir haben besten Fisch. Habt ihr keine Probleme? Es ist in letzter Zeit einfacher geworden. Die Schwarzbluträuber wurden seit dem Angriff auf die Eisläufer nicht mehr gesehen. Seither treffen meine Lieferungen wieder regelmäßiger ein. Gut. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgibt. Wird ihr Würzwein für euch? Hergestellt nach einem alten Familienrezept. Wird euer Würzwein nach einem geheimen Rezept hergestellt? Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Octave jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Auch nicht schlecht, ne? Mir quatschen immer viel zu viele Leute in diesem Spiel. Ich für meinen Teil werde jetzt mal schnell speichern. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns bei einer nächsten Aufnahme-Session von... Moment, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, wir sehen uns demnächst bei Skyrim hier auf 2CrazyGames. Ich bin euer Tommy und bin raus. Gute Nacht, bis dann. Ciao. Tschüss.